Hallo Leute, heute seht ihr alles zum neuen IOTA Wallet für den Ledger Nano S. Ja, jetzt haben wir so lange auf die Ledger Wallet für IOTA gewartet und jetzt ist sie endlich da. Wir können sie uns jetzt über den Ledger Manager auf unseren Nano S oder auf unseren Ledger Blue herunterladen. Wir brauchen noch ein Extra-Programm dafür, aber das möchte ich euch jetzt alles mal in diesem Video zeigen. Also wie connecte ich den Ledger mit dem IOTA Wallet, wie funktioniert das? Und wir wollen uns im Allgemeinen einfach mal das Wallet anschauen. Ich denke, viele haben jetzt schon darüber geschrieben, wow, es ist endlich da. Aber ich möchte gerne mal ein praktisches Video dazu machen und natürlich an alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Ja, es ist endlich da. Wie lange hat es gedauert? Genauso lange warte ich übrigens auch schon auf das XSN Ledger Wallet. Da hoffe ich auch, dass es dann endlich mal dazu kommt, dass auch das rauskommt. Ja, das wäre super. So, wir sind hier gerade in dem Ledger Live-Programm von meinem Nano S. So, wir sind gerade im Ledger Manager und da können wir auch schon die IOTA App sehen. Die müssen wir installieren auf unserem Nano S. Zusätzlich müssen wir uns das Trinity Wallet runterladen. Das finden wir auf der Seite von IOTA. Also relativ easy zu finden. Gebt es einfach mal bei Google ein und dann könnt ihr euch das runterladen. Nachdem ihr dann die App drauf habt, by the way, es gibt eine ganze, ganze Menge neue, ja, Krypto-Wallets für den Ledger. Das finde ich schon ziemlich krass, was da alles in letzter Zeit hinzugekommen ist. Interessant ist vor allem noch Monero, was ja jetzt auch noch nicht allzu lang da ist. Ja, und sonst natürlich auch viele, viele etwas unbekanntere Coins, aber ich finde das natürlich immer sehr cool, wenn ja die Auswahl natürlich größer wird. Aber das nun mal so am Rande. So, das ist die Trinity Wallet und so sieht das aus, wenn ihr das Ganze schon eingerichtet habt. Ich zeige euch aber auch gleich nochmal, wie ihr ein Konto hinzufügen könnt. Das machen wir gleich auch nochmal. Ähm, ich finde das Design sehr futuristisch, also es sieht, ähm, sehr ansprechend aus. Ähm, man könnte sagen, so in diesem, ja, in diesem neuen Design oder so wie, ähm, ja, ich sag mal, aktuell aussehende Programme und Seiten, äh, aktuell gestaltet werden. Ähm, wenn ich da jetzt mal an die Seite von XSN denke, die ist auch in einem sehr, sehr ähnlichen Stil. Vor allem aber auch sehr übersichtlich. Empfangen, senden ist ja klar. Empfangen, ne. Dort könnt ihr eben eure Kryptowährung empfangen. Logisch, das sagt das ja auch schon. Jetzt öffne ich mal die Jota-App auf dem Ledger Nano S. Es scheint fast so, als hätte das Programm ein kleines Problem, wenn ich den, äh, die Ledger Live-App im Hintergrund noch offen hab. Ähm, denn dann stürzt das Programm jedes Mal ab. Ähm, unschöne Geschichte. Ähm, deswegen musste ich auch gerade eben einen kleinen Cut machen, aber dann wisst ihr Bescheid, wenn bei euch das Programm überhaupt nicht stable läuft, dann habt ihr vielleicht noch das Ledger Live-Programm im Hintergrund offen. Schließt das einfach, dann haben wir das in dem Video auch schon mal geklärt. Also, ähm, wie gesagt, die Empfangsadresse kriegen wir jetzt hier auf, ähm, den Ledger nochmal angezeigt. Können die jetzt von oben bis unten hier nochmal auf dem Ledger durchgehen, wie wir das auch schon von anderen Apps kennen. Einfach nochmal zur zusätzlichen Sicherheit. Ich denke, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Posten. Ansonsten können wir hier mal rausgehen. Klicken wir mal auf Senden. Auch sehr einfach gehalten. Adresse oder QR-Code. Betrag eingeben. Gegebenenfalls eine Nachricht und, ähm, ja, versenden. Ähm, natürlich müssen wir das Ganze dann auch nochmal bestätigen, wenn wir auf Senden gehen. Aber, ähm, ich denke, das sollte allen klar sein. Gehen wir mal in die Einstellungen. So, Optionen. Sprache können wir zum Beispiel einstellen. Mit welcher Note wir verbunden sein wollen. Das Design können wir einstellen. Die Währung habe ich auch schon umgestellt auf Euro. Zwei-Faktor-Authentifizierung können wir auch noch einstellen. Dann habe ich anfangs ein Passwort vergeben, was wir bei jedem Programmstart eingeben müssen. So wie bei der Ledger-Live-App. Das können wir hier natürlich auch ändern. Und, ja, hier können wir noch so ein paar, äh, Dinge auch umstellen. Ich hatte hier auch irgendwo gesehen, ähm, dass wir, genau, Proof-of-Work-Einstellung. Ähm, das kann man hier auch einstellen. Also, damit die Transaktionen, äh, gebührenfrei versendet werden können. So steht es hier so schön. Wird eine kleine Berechnung durchgeführt. Ähm, da kann man das hier auch umstellen, ob man das lokal auf seinem Rechner machen will. Oder ob das eine Note übernehmen soll. Aber ich denke, das ist jetzt nicht so die krasse Rechenleistung. Das können wir auch gerne so lassen. So, wie fügen wir das eigentlich hinzu? Ähm, ganz einfach. Wenn ihr startet und die App auf eurem Ledger habt, dann könnt ihr die direkt starten. Öffnet dann das, ähm, Trinity Wallet. Und dann seht ihr ungefähr, äh, das hier. So, Ledger Device Connected and Ready. Wunderbar. Okay, wir können starten. Ledger Account Index. Hier steht, make sure you note, you note down your chosen Index Number. Also, wir sollten diese Index Number schon aufschreiben. Da könnt ihr jetzt jede beliebige nehmen. Mal gucken, wie weit das geht. Boah, das geht ziemlich weit. Also, wir können, ähm, hier auch eine ganz beliebige Zahl eingeben. Oh, wenn ich jetzt hier auf die Null gehe, dann steht hier, boah, die ist schon in Benutzung. Das heißt, ähm, wir können hier auch einfach die Null nehmen. Aber man sollte sich das schon aufschreiben. So, jetzt nehmen wir hier mal die Eins zum Spaß. Gehen wir auf Fortfahren. Und, da müssen wir dem Ganzen noch einen Namen geben. Beispielsweise, äh, Jumpers Wallet. Fortfahren. Ich denke, das, äh, erklärt sich auch mehr oder weniger von selbst. Ist ja eigentlich nur weiter, weiter fertigstellen. Ähm, paar kleine Einstellungen beachten, Name vergeben. Mein Gott, dann war's das auch schon. Also, ich denke, das ist sogar fast selbsterklärend. Das hat bei mir so ein ganz kleines bisschen gedauert, bis es dann auch funktioniert hat. Ähm, aber mehr ist es dann auch nicht. Dann seht ihr das, was ich euch eben schon alles erklärt hab. Und, ähm, wenn ihr jetzt noch Fragen zu dem Thema, äh, Ledger und Trinity Wallet oder IOTA habt, dann, ähm, schreibt mir das auch mal in die Kommentare. Ähm, sofern ihr noch keinen Ledger habt, ja, soll der vorkommen, dann schaut auch mal in die Beschreibung. Ähm, ich kann nur eine Hardware Wallet immer wieder empfehlen, weil es einfach die sicherste Variante ist, eine Kryptowährung zu verwahren. Lass das nicht auf der Börse liegen. Börsen werden immer wieder ausgeräumt. Da war ja auch erst die kanadische Börse, die ausgeräumt wurde. Und, ähm, ja, ganz wichtig, ähm, Hardware Wallet besorgen. Muss nicht unbedingt eins von Ledger sein, aber die kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Gerade jetzt auch, ähm, wo immer und immer mehr Kryptowährungen unterstützt werden. Ja, Leute, das war's weiter mit dem Video. Für diesen Sonntag hat mich gefreut, dass ihr wieder zugesehen habt. Ähm, jetzt würde mich noch eure Meinung zu dem Thema interessieren. Seid ihr auch froh, dass es endlich, ähm, ein Ledger IOTA Wallet gibt? Oder sagt ihr, na, interessiert mich eh nicht? Also, ich find's auf jeden Fall cool, weil ich dann die IOTA nicht mehr auf der Börse liegen lassen muss. Ähm, das andere war mir auch alles auf meinem PC zu unsicher. Deswegen hab ich's noch nicht von der Börse runtergenommen. Ähm, so fühl ich persönlich mich jetzt auf jeden Fall sicherer. Ich zieh das jetzt nach und nach von allen, ähm, Börsen, ähm, auf den Ledger. Ähm, wenn ihr das gleiche macht, dann, äh, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn nicht, dann bitte auch. Ja, jetzt würde ich mich natürlich noch über eine Bewertung des Videos in der euren Form eines Daumen nach oben freuen. Natürlich auch über ein Abo, sofern ihr mich noch nicht abonniert habt. Dann dürft ihr natürlich auch gerne die Glocke aktivieren. Und jetzt noch mal zum Abschluss ganz wichtig die Frage, ähm, was wünscht ihr euch, ähm, noch für Videos? Schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare, weil ich möchte ungerne Videos machen, wo ihr jetzt sagt, mein Gott, das hab ich doch schon hundertmal gehört oder so. Ähm, deswegen sagt mir, was fehlt euch noch? Was fehlt euch vielleicht noch an, auch wenn's Basiswissen ist, was fehlt euch noch an Kryptowissen? Was wolltet ihr schon immer mal wissen, aber ihr habt noch kein gutes deutsches Video dazu gesehen oder so? Dann schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Ähm, jetzt gerade ist ja eher so eine Zeit, wo man, ja, wo im Kryptobereich nicht ganz so viel passiert. Also klar, sehr, sehr viel im Hintergrund, aber so offensichtlich nicht so viel. Wir haben keine krassen Kursausbrüche. Und die, äh, News, äh, zu dem Thema kommen immer so, ja, ähm, nach und nach. Deswegen, ähm, ja, haben wir ein bisschen Zeit auch, ähm, Themen aufzuarbeiten, die euch schon immer mal interessiert haben. Deswegen schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr über eure Vorschläge freuen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Sonntag und dann würde ich sagen, sehen wir uns aller spätestens nächste Woche Sonntag am Kryptosonntag um 18 Uhr wieder. Bis dann, Leute. Bleibt wie ihr seid. Ciao! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.